Hallöchen ihr Lieben und Willkommen zum neuen Programmplan, jetzt vom 15. Mai bis zum 21. Und wie ihr vielleicht schon auf den ersten Blick seht, es hat sich mal wieder nichts getan. Denn an Spielen ist nichts weiter zugekommen, das RimWorld Update A17 steht auch noch nicht direkt in den Startlöchern und auch sonst läuft das im Moment eigentlich richtig fluffig hier auf dem Kanal. Und warum sollte ich was ändern, wenn ihr euch ja mittlerweile vielleicht an die Zeiten eurer Lieblingsspiele gewöhnt habt? Deswegen werde ich jetzt nicht lange mehr um den Plan hier quatschen, sondern ein bisschen mal mit Anekdoten kommen oder neuen Ideen für den Kanal. Und zwar habe ich heute festgestellt, ganz lustigerweise, dass ich irgendwo eine Stardew Valley Folge, ich glaube das war die Folge 58 auf meinem Kanal hatte, die so mittendrin noch auf Privat gestellt war. Also nicht für euch verfügbar. Ich habe nämlich ein bisschen was am Suchmaschinenoptimierung da getan und dachte mir, hä, wieso hat die als einzige Folge in dem Bereich null Daumen nach oben, null Daumen nach unten, irgendwie so gar nichts. Oh, das Ding ist noch auf Privat gestellt. Die Folge sollte ich vielleicht mal freigeben. Es könnte ja sein, dass jemand den Tag vermisst. Offenbar hat es bisher noch niemand vermisst. Macht aber nichts, denn jetzt habt ihr die Folge und ich bin der Meinung, das war die Folge 58. Ich würde jetzt nicht meinen Popo drauf verwetten. Aber falls ihr die Folge nachholen wollt, jetzt ist sie da oder ihr fangt einfach nochmal von vorne an, um das Ganze hinter den anderen durch zu genießen. Hätte ich auch nichts gegen, macht ruhig. Aber ich hoffe, mir passiert so ein Missgeschick nicht. Das war mir dann irgendwie doch so infinitesimal peinlich gewesen. Aber naja, jetzt ist sie online, soll nicht weiter stören. Und wie ich schon gesagt habe, neue Ideen für den Kanal. Ich habe eine neue Idee, die wird aber noch so gute zwei Monate dann hindauern. Und zwar kommt ja bald, in besagten zwei Monaten, die neue Staffel Game of Thrones. Und ich habe ja schon mal für den neuesten, ich wollte schon sagen Harry Potter Film, aber das war ja Fantastische Tierwiesen, ist ja eine eigene Reihe für sich, nur im gleichen Universum. Da hatte ich ja mal so eine kleine Filmkritik hochgeladen. Und das Ganze würde ich dann ganz gerne mal für Game of Thrones machen, also die Folgen, kurz nachdem die bei Amazon Prime erschienen sind, weil darüber kann ich sehen, gucken. Würde ich dann einfach mal so ein kleines bisschen Reviewen, meine eigene Meinung kundtun und dann einfach eine offene Diskussion starten mit euch gerne. in den Kommentaren, ob ihr mit meiner Meinung übereinstimmt, falls ihr die geguckt habt oder nicht. Das Ganze wird natürlich womöglich etwas Spoiler behaftet sein. Also wer die Folgen erst später guckt, der sollte das nicht unbedingt dann sich reinpfeifen. Aber ich denke, das wäre schon eine geile Sache. Und wer mal einfach was anderes neben den Let's Plays, die natürlich trotzdem mit 14 Folgen weiterlaufen, dass wir also quasi nochmal obendrauf als Goodie einmal in der Woche oder wieder erscheinen, gibt es dann ein kleines Folgen-Review. Muss ich halt sehen, wie ich das hinbekomme. Ich glaube, ich werde die dann am Abend nach Erstausstrahlung aufnehmen und am nächsten Tag, spätestens sollte das dann online sein. Aber das ist so eine kleine Idee. Ihr könnt gerne jetzt hier schon in den Kommentaren schreiben, was ihr von dieser Idee haltet. Ob ihr Bock hättet, ein wenig dann meine Meinung zu hören und eure Meinung dann in den Kommentaren dazuzugeben. Ich fände es eine geile Idee und werde es vermutlich sowieso machen. Aber ich wollte trotzdem mal hören, was ihr dazu sagt. Vielleicht sagt ihr ja, oh, ist ja der reinste Mist. Vielleicht erinnere ich dann doch noch meine Meinung. Aber da könnt ihr jetzt rangehen. Und deswegen verabschiede ich mich für jetzt und hoffe, ihr schaltet wieder ein, wenn es heißt Dattelzeit hier auf Dattelzeit. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Vielen Dank.